Herzlich Willkommen und vielen Dank, dass Sie unsere Webseite besuchen. Ich heiße Martin Völk und bin Mitbegründer und Geschäftsführer bei Cyber51. Das Informationstechnologie-Zeitalter hat unser Leben verändert. Die neuen Medien und das Internet bieten fantastische neue Möglichkeiten für Firmen und Privatpersonen. Leider steigt die IT-Kriminalität und der Missbrauch der neuen Medien ebenso rasant an. Neue Studien haben ergeben, dass mehr als 90% aller IT-Systeme Schwachstellen aufweisen und gehackt werden könnten. Cyber51 hilft Kunden weltweit ihre IT-Infrastrukturen abzusichern, um alle Möglichkeiten moderner Kommunikationstechnologie störungsfrei und sicher nutzen zu können. Wir tragen unseren Teil dazu bei, IT und Netzwerke sicherer zu machen. Bitte sehen Sie sich unsere Angebote an und erfahren Sie, wie Cyber51 allen Ihren Sicherheitsanforderungen gerecht werden kann. Denken Sie daran, Sicherheit hat endlich einen Namen. Cyber51 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 Untertitelung des ZDF, 2020